Führerscheinprüfung. Herr Kandidat, Sie haben nichts eingetragen. Was wollen Sie für einen Führerschein? Omnibus-Führerschein. Bitte was? Den Omnibus-Führerschein. Sie wollen den Omnibus-Führerschein. Gut, eine leichte Einstiegsfrage, um die Nervosität ein wenig abzubauen. Sie fahren mit dem vollbesetzten Autobus über den Bahnübergang vor Ihnen und hinter Ihnen senkt sich die Schranke. Der Transalpin braust auf Sie los. Was machen Sie? Holen Hans. Bitte was machen Sie? Der Holen Hans. Moment, Moment, Moment. Sie fahren mit dem vollbesetzten Autobus mit 38 Personen über den Bahnübergang. Vor Ihnen und hinter Ihnen senkt sich die Schranke. Ein Schnellzug braust auf Sie los. Was machen Sie? Holen Hans. Was machen Sie denn da mit dem Hans? So einen Unfall hat der noch nie Geog-A-Tage.